So, bis es hier Papi einmal erwünscht ist Wir sind hier von mir, hier eines Länders Doch wir leben in den Stränden Das ist hier, weil wir hier wieder nicht wünscht sind Junge Donner, wir gehen die weite Welt hinaus Alte Herrschaften denken, die schauen sich seltsam aus Und wenn ihr Papi davon wisst, ist es viele bunte Drogen in jeder geheime Bütze Und wir sind hier, was weiß ich nicht, ohne Ohren Gibt Kaffee aus mit Chico, Soda, Zitrone Die Mäsche weg am Tastmarkett Jede Nacht in irgendeinem anderen Bess Sieht gut aus, aber sie gern laut Mast du gerne einen drauf und dessen Oh Gott, der Untergang für jede Eltern An der Wirtschaftsunivarsinnung So, bis es hier Papi einmal erwünscht ist Wir haben ihre Familie, alles klingt Wo sie in ihrem Leben stünde Weil sie nicht auf der Akademie der Billenden Künstler Es ist nicht so, wie sich die Papi einmal erwünscht Wir haben ihre Familie, alles klingt Wo sie in ihrem Leben stünde Weil sie nicht auf der Akademie der Billenden Künstler Junge Dame, macht die Männerwelt verrückt Aber such ganz sicher nicht in einem Ahnen Glück Sicher, ihr Geld von dir ist sie selber Unabhängig von dem Papi, was sie nicht gefällt Ja, man kennt sie in der Stadt Zumindest so vom Herrn sein Jedem werden es hart, weil sie kugelt durch Paranien Willkommen in Wiener Schikarier Mit eines bei der jungen ÖVB beim Papi Sieht gut aus, haben sie gern laut Hast du gerne einen drauf und dessen Oh Gott, der Untergang für jede Eltern Stopp Nicht so, wie sich die Papi einmal erwünscht Für ihre Familie, alles klingt Wo sie in ihrem Leben stünde Weil sie nicht auf der Akademie der Billenden Künstler Nicht so, wie sich die Papi einmal erwünscht Für ihre Familie, alles klingt Wo sie in ihrem Leben stünde Weil sie nicht auf der Akademie der Billenden Künstler Wo wär sie denn? Sie sollen doch viel besser so Medizin, Wirtschaftsrecht oder Jungs oder sowas studieren, oder? Aber mit Kunst, mit Kunst, sage ich meine, mit Kunst kann man doch kein Geld verdienen, oder? Oder? Nein, nein, nein. Sankt ihr es mir, kann man mit Kunst Geld verdienen, ja, aber was? Ja!